Guter Tag Haben Sie schon geheilt? Ja, wir haben... Als Vorspeise nehme ich einen Salat mit Tomaten und als Hauptgericht nehme ich Rindfleisch mit Salzkartoffeln Und die Dame? Ich möchte Gemüsesuppe und als Hauptgericht Spurgetik und Salat Und was möchte die Dame? Ich bestelle als Vorspeise Gurkensuppe und als Hauptgericht nehme ich Schnitzel mit Bommesfritz Bitte schön, was zu trinken? Bringen Sie mir bitte ein Glas Apfelsaft Schlammisch und die Dame Zwei Blas Mineralwasser bitte Und noch eine Wasserkaffee Mit Zucker? Nein, ohne Zucker, aber mit Sonne Wie Sie wünschen Dankeschön Bitte schön Ein Glas Apfelsaft für Sie Ein Glas Neubelwasser für Sie Danke Und... Was haben Sie gemacht? Entschuldigung Kann ich mit dem Manager sprechen? Okay, jawohl Guten Tag, was ist passiert? Das war ein Zufall Meine Hose sind nass Was? Und was kann ich Sie tun? Vielleicht bekommen Sie extra ein Stück Salatorte, okay? Ja, gut Nein, nochmals verzeihen Sie bitte Ihre Salatorte bitte Dankeschön Herr Ober Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, es wird sehr ihr Schmack Und wir müssen zahlen Sie zahlen zusammen oder getrennt Zusammen Das macht alles Dein und 80 Euro Bitte schön, steht so Dankeschön